So, ein kleines Nachtragsvideo hier aus der Habermall. Ich bin gerade auf der fünften Etage. Auf einmal zappelnduster Stromausfall hier im Spielebereich. Alle nun wissen nicht, was sie machen sollen. Die Rolltreppen gehen ja nicht mehr. Fahrspiel geht mit Sicherheit nicht mehr. Nur warten wir mal, dass der Gegner mit der Strom kommt. Und das ist ein ganz aktuelles Brandeisens-Update hier aus der Habermall. Hier kommt meine Mitarbeiter wahrscheinlich mit Taschenlampen oder was an. Stuff, der Wolf von Haberland. Jetzt gehen wir mal da Richtung Fenster, wo noch ein bisschen nicht reinkommt. Und warten ab, was so passiert. Ja, that's life. So was ist nur bei heute flink zu sehen, glaube ich. So, also, bye-bye.